Überfall auf Geldbooten in Hamburg, Täter auf der Flucht Hamburg, die Polizei bittet um Mithilfe, am heutigen Montag wurde ein Geldboote in Hamburg von einem Mann überfallen. Anschließend flüchtete der Täter. Wie die Beamten mitteilten, kam es um 9 Uhr und 56 Minuten am Fliegplatz in Neualermöhe zu dem Überfall. Demnach war der Geldboote, 63, gerade auf dem Rückweg zu seinem Transporter, als ihm der Täter unvermittelt einen Geldkoffer entriss. Der Mann wollte daraufhin mit dem Koffer wegrennen, stolperte dabei jedoch und ließ den Koffer fallen. Ohne Beute flüchtete er schließlich humpelnd in Richtung Lisbeth Rose Stieg. Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, bei der auch der Hubschrauber, Libelle 1, zum Einsatz kam. Der Verdächtige konnte jedoch nicht aufgespürt werden. Deshalb hoffen die Ermittler nun auf Hinweise. Der Täter ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, circa 25 bis 35 Jahre alt, hat eine sportlich kräftigte Figur und war bekleidet mit einer dunkelgrauen Jogginghose, einer dunkelblauen Trainingsjacke sowie schwarzen Schuhen. Er trug eine Sonnenbrille und einen Fischerhut in schwarz-rot-gold. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Räuber geben können, sollen sich unter der Rufnummer 040-4286-56789 oder an einer Dienststelle melden. Untertitelung des ZDF, 2020